Mein Name ist Nino Gräser, ich bin Diplom Sportwissenschaftler, ich arbeite unter anderem mit Golfprofis wie Marcel Ohan zusammen, bin sonst Personal Trainer, Fitness Coach und ich möchte dir heute zeigen, wie du deine Hüftmuskulatur erwärmen kannst und mobilisieren kannst. Das machen wir folgendermaßen. Nehmt euch einen Schläger, stellt euch gerade hin und lasst das Bein mit so wenig wie möglich Eigenimpuls von links nach rechts pendeln. Jedes Bein etwa 30 Sekunden. Ihr könnt euch dabei auch, wenn es mit dem Golfschläger zu instabil wird, könnt ihr euch einfach irgendwo an der Driving Ranch irgendwo anlehnen. Das ist überall möglich. Der Vorteil dieser Übung ist, dass ihr eure Hüfte warm werden lasst, dass ihr einfach Verletzungen beim Schwung, beim Ausholen vermeidet und dass ihr einfach vielleicht besser in die Runde starten könnt.